Kulturverbrechen, pseudo-italienische Ortsnamensgebung, Tatort, Alto Adige, Spurensuche im Bustertal. Es referieren Ewald Rottensteiner und Verena Geyer. Diskutieren Sie mit bei der Podiumsdiskussion mit Ephraim Oberlechner, Christian Kollmann, Alexander Wurzer, Maria Hochgruber-Kurnzer, Brigitte Fopper, Pius Leitner und Alessandro Urzi. Am 26. Juni um 20 Uhr im Märzwechsel der Grundschule Ehrenburg. Durch den Abend führt Reinhard Weger. Eine Veranstaltung der Schützenkompanie Ehrenburg in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Schützenbund.